Hallo Leute, Willkommen zu diesem Video. Ihr seht vielleicht gerade wieder die Auflösung komplett im Arsch, weil ich nicht streame, sondern ich lehme vielleicht lieber so auf, weil ja, ich weisel nicht und ihr habt vielleicht noch viele gesehen. Das Video heißt, Och nee, was ist passiert? Ich habe gestern noch eine Folge aufgenommen, dachte ich zumindest, und habe gemerkt, ich habe 30 Minuten umsonst aufgenommen. Und Leute, soll ich sagen, was ich gemacht habe alles? Hier sind wir im Winter, hier meine Rüstung, habe ich halt mit meiner Kumpel gemacht, um die Schärfe und so, blablabla. Dazu habe ich hier noch ein Amboss, Crafting Bench, hier oben habe ich hier ein Zimmer gebaut, und so kleinen Wald hier oben gepflanzt, um das Haus. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ist doch ein Schneemann. Ich hab dir mal fremd. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Bleib fern, du Fettsack. Naja. Auf jeden Fall, ich habe hier mein Dach gebaut, also, ja, sieht schon schön aus, und so kleines Feld. Und Leute, wartet mal. Wir werden uns hier kurz ordentlich hinsetzen. So. Da bin ich wieder. Da vorne ist gleich ein Creeper, und erst den nehmen wir Doggy, Alter. Warum hast du das angegra... Verpiss dich. Sorry, brah. Ah, okay, fand so ein knifflig. Und an Armenien ist, oh, es ist doch voller geworden, aber mein ganzer Stein ist fast weg. Deswegen werden wir uns noch ein bisschen was holen, ne? Ne? Ja. Nein, Spaß, Leute. Was machen wir eigentlich? Wir schlagen, wir fern ein bisschen Birkenholz. Weil ich glaube, ich mache so eine kleine... Ich weiß schon, was ich mache wahrscheinlich. Oh, wie schnell diese Eisenflöcke geht, ne? Ich dachte, Diamanten ist schon gut. Also, Diamanten natürlich noch schneller, ne? Aber... Ja, Mann. So, Mann, da kommt wie easy durch. Warte mal. Ich habe noch ein kleines Haar gemacht, wenn ich jetzt zehn Stunden aufnehme und dann... Und die Verbindung ist da echt gut für mich. Also, für die Verhältnisse hier. Ich lebe auf einer Halbinsel im Norden. Also, nicht an der Nordsee, sondern an der Ostsee. Ich wohne auf ein Daas. Und dafür habe ich gerade... Ich gucke das Internet, muss ich sagen, ne? Natürlich kommen nachher noch ein paar neue Streams und alles. Wahrscheinlich so von SimCity wieder oder... Ja, oder... Ich weiß es nicht. Das kann ich noch aufnehmen. Ich könnte theoretisch... Ja, schwer zu sagen jetzt. Äh... Zinfelspiele. Oh. Von hoher zu sagen jetzt hier. So. Äh... Ja. Also, ich könnte theoretisch noch... GTA? Ne GTAs... Kacke. FIFA... Glaub ich nicht. Ich weiß halt nicht, ne, Leute. Was wolltz ich denn eigentlich mal sehen. Auf jeden Fall, ich kauf mir bald Need for Speed Payback. Und wenn das Geld noch reicht, kauf ich mir eventuell noch Star Wars Battlefront 2. Ihr Motherfuckl. Okay, warum sitzen die? Ja, Max selber. Wenn man fix nach oben, nach oben gehen und das holt sich ab. Oh, naja, wenn man. Äh, ich glaube, an der ist es schon, wo wir uns mal den leckeren Baum hier brah. Ja, Leute, es tut mir halt immer leid, dass ich halt nicht das Perfekte, oder dass ich nicht jeden, also, naja, wie soll ich sagen, warte mal, äh, dass halt nicht jede Folge spannend ist, ne. Davon musste ich erstmal alles vorbereiten, aber das wäre ja irgendwie scheiße oder so für euch, weil, naja, ich lass mal was einfallen, Leute, seid gespannt. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Puh. Ach, Leute, wisst ihr was? Mein Schlafvorken ist mir richtig geballert, nur ist wieder komplett im Arsch, weil, ähm, wo die erste Woche oder jetzt Ferienwoche, und mittlerweile war ich schon bei der vierten Ferienwoche. Das ist verkacke, das ist, die Teil ist so verfickt, verfickt schnell umgegangen, ne. Aber leider können wir daran nichts ändern. Und auf jeden Fall, in der ersten Woche war ich recht geballert, da war ich mal zwei Wochen meine Oma. Ja, da war der, ähm, Schlafrhythmus einigermaßen wieder in Ordnung. Mittlerweile ist er wieder komplett im Arsch, weil gestern bin ich halb vier aufgewacht. Äh, also, ich bin gestern 16 Uhr, äh, 15 Uhr 30 aufgestanden. Also, na ja, es ist, also, äh, guten Tag, das bin ich. Naja, es ist schon ziemlich kacke, mein Schlafrhythmus. Was doch beschissener ist, dass die, dass die kacke Sommerferien fast zu Ende sind schon. Und ich hab ja am Anfang mir vorgenommen, ich mach seit Jahren zwölf Stunden Stream, blablabla. Das Problem ist halt, ich bin halt, äh, nicht alleine, das heißt, zwischendurch kommt meine Mutter rein, ich muss vielleicht zum Edeka kurz zu holen, ich muss mal Hund pullern gehen. Aber auf jeden Fall, in zwei Monaten kann ich euch sagen, da ist meine Mutter irgendwie mit meinem Bruder auf dem Festival, überhaupt so ein Konzert von so einer Band, die ich nicht kenne. Auf jeden Fall, da kommt dann wahrscheinlich safe einer, also ein 12 Stunden Stream, my friend. Ja. Leute, ich würd sagen, als nächstes bauen wir mal so eine Straße oder so einen Dorfweg, mal geht hier so lang, dann lädt man gerade nach da, dann gehts wirklich zur Mine und ich merke einfach gerade jetzt, weil eigentlich der Weg von meinem Zuhause und der Mine entfernt ist, ne. Dauert zwar, mich lange dahin zu trampeln, zu trompeln, aber ist eigentlich schon weit, ja. Und ja, hier wusstet ihr doch, hier hab ich noch Kohle übersehen. Ich würd sagen, der Ober-Eisen, aber. Nee, leider nicht. Bra. Leute, es ist voll kacke, ne. Ich hab wirklich gestern nochmal so lange aufgenommen. Ich hab wirklich gestern noch mal so lange aufgenommen. Aber, ne, leider nicht. Und hab mich schon gebaut und alles und hab dann erst gemerkt. Ja. Ich hab mich aufgenommen. Also. Ich bin wirklich wie der, der Pro auf aufnehmen, ne. Auf, ok, mein Deutsch ist gerade der Beste. Welcher tollwürdiger Hund, welcher, welch, welcher tollwürdiger, ach, ich halt mein Maul, Alter, ganz ehrlich. Oh. Ich würd grad sagen, welcher tollwürdiger Köter, Loma, Lym, ey, ich kann ja nicht reden, Jungs. Ach Gott. Das ist echt kocke. Und was noch kacke ist, mein Handy ist jetzt eigentlich kaputt, was aber geil ist, wenn es kaputt ist, entweder bekomm ich das alte Handy von meiner Oma, das alte Handy von meiner Oma ist echt 10 Meter besser als mein Handy. Ich hab ja mein Handy für 180 Euro gekauft, das ist das Huawei Y6 Pro 2017. Ich dachte das so, wo ich gesehen hab, oh, 13 Megapixel Front, äh, Kamera. Und ne 5 Megapixel Frontkamera, also, die nach innen zeigt, zu dem Gesicht halt, ne. Und wo ich gesehen hab, wie scheiße die eigentlich ist, die Kamera, wollte ich mich abmurksen. Naja, und was noch kacke ist an diesem Handy, der Speicher 16 Gigabyte ist okay, also komm ich gut mit durch. Da hab ich auch ne Einladung bekommen. Digga, läuft bei mir, Digga. Naja, auf jedem Fall. Es hat ziemlich langsam, langsam und leckt, oder stürzt gerne ab, oder ruckelt, also, ja, es hängt öfters mal, weil ich hab mal so ne App, wo ich so ne App geklont habe. Das heißt, ich hab jetzt hier hatte zweimal, ähm, Clash of Clans auf, ne. Und das Handy war langsamer als sonstige Sachen, Alter. Es war doch langsamer als Internet bei meiner Oma. Und das geht schon gar nicht, ne. Du fachst ein Stück Scheiße, Edgar. Je. What the fuck, meine Stimmen, Alter. In diesem einen Jahr von meiner neuen Klasse, ich war eigentlich in der anderen Klasse, aber ich musste die nochmal überholen in die Klasse, weil wegen meinen Fehltagen. Seitdem habe ich noch mal so stumm ist, was ist. Hallo Leute, mein Name ist FP. Ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr ein Abo oder ein Like auf dieses Video da lacht und schreibt mir mal in die Kommentare, was soll ich dann als nächstes in so einem geilen Projekt machen. Schreibt mir wirklich in die Kommentare. Alter, das ist geiles. Ich muss mich nicht anstrengen, um diese Stimme nachzumachen. So, ich hab die Klitten und die Blasen. Wow, das war ein bisschen komisch. Na ja Leute, und damit verabschiede ich mich mit dieser Folge von Minecraft. Wenn euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes in diesem Projekt machen tun soll. Also Leute, bis zum nächsten Video, Piatsch! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal!